Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2020 zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Bohrungsassistenten CAM mithilfe der Drag & Drop Technologie alle Bohrungen, die mit dem SolidWorks Bohrungsassistenten erstellt wurden, finden und bearbeiten können. Sie sehen hier im Arbeitsbereich ein Bauteil, in dem alle Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten von SolidWorks erstellt wurden. In der Drag & Drop Technologie befindet sich nun unter der Sparte Bohrungsassistent CAM eine Funktion auf Fläche ziehen. Mit der Drag & Drop Technologie konnten Sie seit der Version SolidCAM 2018 Bearbeitungen direkt auf das Bauteil ziehen. Mit dieser Funktion, Bohrungsassistent CAM auf Fläche ziehen, haben Sie nun die Möglichkeit, eine Fläche des Bauteils anzuwählen und der Bohrungsassistent von SolidCAM untersucht nun das komplette Bauteil und erkennt alle Bohrungen, die mit dem SolidWorks Bohrungsassistenten erstellt wurden. Es werden dann nach und nach die verschiedensten Bohrbearbeitungen für Stirnsenkungen, Flachsenkungen oder Gewindebohrungen hinzugefügt. An der linken Seite wird dann im Featurebaum von SolidCAM nach und nach die komplette Bohrbearbeitung erstellt. Zum Schluss können wir das Ganze einmal simulieren im SolidVerify Modus und wir sehen, wie alle Bohrungen mit den verschiedensten Werkzeugen nun bearbeitet werden. Für weitere Informationen und SolidCAM-Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.